Mhm... What up YouTube? It's me, euer Drasser von Dr... Dros... Dros Knack... Dros Gameing... Notagaming natürlich... Ihr zuckerschnuten... Wir sind danach erfolgreich versauter Mission letztes Mal, dass die Lade ja doch weg ist, ne? Doof geloben... Doof für uns, aber... Wir springen wieder rein und versuchen das Beste draus zu machen... Nein? Was muss ich tun? Nichts, über Platzwaffe. Hallo? Okay, das ist was sie gesagt hat für sie. Davies? Davies ging schon raus. Grenzlatt-Verteidigung, multiplayer. Schäfer, hab ich. Ich helppin. Ist sie das? Sie ist groß? Fliegender Feindlerfeind. Wow. Oh, der Windschlag. Ja, das lief nicht zu geil, oder? Ich habe ein gutes Signal. Ja, das lief nicht zu geil, oder? Auf 10 Uhr sickert die Drakonis. Da kommt ihr nicht vorbei. Cooper, ich brauche auf der Weiteren einen Piloten, der das Deck sickert. Commander Briggs, hier ist Blackbird 6-4. Wir können ihn hinbringen. BG, du musst ihn werfen. Verstanden, 6-4. Sie schaffen das, Cooper. Ach Gott, immer dieses umgeschmeiße. Ich hätte ihm echt nicht sagen können, dass ich das mache. Wie beim letzten Mal? Wie letztes Mal? Nein. Bei Würfen zwischen zwei beweglichen Plattformen müssen deutlich mehr Variablen berechnet werden. Viel Glück. Was? Ähm. What? Oh. Boah. What the heck? 3G? Willkommen auf der 6-4, Cooper. Maschine, ey. Cooper, wir können Sie nicht direkt zur Brücke bringen. Da sind so viele Geschütze. Wir setzen Sie am Heck ab. Von dort müssen Sie sich dann nach vorne durchschlagen. Kriegchen. Denk ich. Cooper, ich fliege so nah wie möglich ran. Sie müssen im richtigen Moment springen. Ja, Sir. Oh, Gott. Das liegt nach einer bescheidenen Idee. Dankeschön. Okay. Ruhlt euch doch mal hier. Oh, Gott. Was ist denn alles mit euch? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. BG schmeißt mich die ganze Zeit nur rum. Die Leute schießen ab mich. Weil sie alle so knackt sind im Kopf. Und die Sonne blendet mich auf mein Bett schon. Schass aus, ey. Sehr schöner Kill. Oh, ich fuhre mich zu schießen. Oh, ich fuhre mich zu schießen. Oh, meine Herren, ey. Ihr seid doch. Oh, komm, wir nehmen die Welt. Das ist geiler. Ich habe es mehr mit MPs. Bin ich? Bin ich. Yes, ma'am. Jungs, tut mir leid, dass ich so langsache bin. Dann ist er stief bemüht. Ich kann es noch beibehalten. Kannst aber sicher sein. Oh, erst mal einen auf die Fresse gehauen. Ach, Schick von hinten. Nein, das ist mies. Ich werde so geblendet von der Sonne. Das ist furchtbar. Ich sehe nichts. So, wir machen das jetzt mal. Ich dachte, ich bin ein schlechter Schützer, aber ihr Jungs, ja. Das ist ja richtig kacke. So, sorry for that. No, I'm not. Boah, ruhige dich. Wie kommen die hier hoch? Ich muss nochmal spinnen die. Zu Klump geschossen, würde ich sagen. Zu einer Klump geschossen. Hey, die kommen. Got it, got it. Ah, schlecht im Witz. Oh, shit. Oh, shit. Voll nicht nachgehalten. Shit. Ich bin zu mies. Ah, ich hasse die Mission jetzt schon. Where am I? And why am I? Ach so. Ah, verdammt. Ich hasse diese Spectres. Oh, ich habe mich schon mal. Wo ist das hier? Oh, das ist ja. Oh, ich habe mich schon mal. Oh, ich habe mich schon mal. Du haust mich? Ich schau zurück, bruh. Au. Geh her, du. So, ihr Lumpner. Pack. What the heck, man? Ja, macht mal, Jungs und Mädels. Auf der Malta sind noch immer aktive Flugabwehrkanonen. Sie müssen auf der Brücke deaktiviert werden, bevor wir landen können. Sind dran. Hi, Jungs. Mädels, hi. Guter Feuerschutz. Möchte ich meinen. Dankeschön. Wir werden Ihre Hilfe brauchen. Verstanden, Bär, wenn unterwegs. Zur Brücke geht's durch den Hangern. Das ist ja so eine Spitznahme, die ich mit dem Bögen würde. Bär, Bär, was soll ich machen? Wir schließen und Schiff ruhig halten. Er denkt nicht. Nein, nein, Moment mal. Geh nach. Ich liebe diesen Job. Echt? Ich jetzt... Oh Gott. Verräg deinen Arsch, Davis. Davis? Davis? Ah, ich mag Davis von der Kanzlerverteidigung. Na dann. Ich hasse... Ich hasse... Ich hasse nicht. Ihr Säcke. Warum macht ihr denn so Mist mit mir? Ich liebe diesen Job. Es wird nie langweilig. Verräg deinen Arsch, Davis. Oh Gott, der Rekord. oder am schabschütze bitte 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 nicht noch mal zu springen ich hatte diesen sprung jetzt zu akademisch What the heck? Gott, sind die krank. Es wird eine La- Irgendeine Mission. Irgendwie habe ich die Volt besser in Erinnerung. Oh, der Heim ist schon wieder in den Spot. Hey. Den Helm, der ist nicht ein Gaygester. Aber jetzt ist sie noch drüben. Au! Au! Nein! Ich hab's kurz geschockt! Ich hast die Mission jetzt schon. Ach, diese Mission macht mich, Alter. Au! Au! Diese waren am schlimmsten. Hauen wir mal so. Okay. Onketrasa ist recht. War ich das jetzt mit meiner eigenen Granate? Ich befürchte, ich war's mit meiner eigenen Granate. Diese Mission! Alle Sicherheit, meine Eins auf das Hangar denken. Hier oben, rot. Alle Sicherheit, meine Eins auf das Hangar denken. Entdeckung! Ich bin hier unten! Tagger! Aiming on point aim. Ich bin ein bisschen confused, aber ich habe einen Spirits. Nein, und da tritt der mich nur noch zu Tode, während ich ihn töten wollte mit dem Tritt. Verdammt. Küsst mir doch die Füße, alles andere. Vor allem ist das Visier voll krank. Jetzt geht's schief bis hin. So. 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 Oh man. Sorry, language. I'm sorry. Oh. I hate that. Ich doch nicht. Also, vielleicht, aber... Ne, das war anstrengend. Seid nicht so zu. Ähm, nein. Alles klar? So macht man das. 6-4 zu mir. Cooper, zur Konsole des Kettens. Deaktivieren Sie die Geschütze. Okay. Warum macht ihr das nicht? Ich bin schon mal hier oben selbst. Heck, heck, heck. Ich bin der Hacker. Jetzt brauche ich noch einen Kupitzenpulli und... Verstanden, 6-4. Cooper, die Brücke ist immer noch unter Ihrer Kontrolle. Bringen Sie die Malka mit Ihrem Datenmesser hinter die Dragonis. Barker, bringen Sie B.T. zurück zu Cooper. Alles klar, wird erledigt. Festhalten, Blechmann. Alle Rufzeichen. Erledigt eure Gegner und kommt zur Dragonis. Los geht's. Hochziehen, Coop. Das ist zu tief. Ich versuch's doch schon. Alter, was denkst du, was ich hier mache? Guck, das ist die falsche Richtung. Genau, sehr gut. Du bist dann enthalten, Cooper. Hab lang genug auf ihn abgepasst. Wo ist B.T.? B.T.? B.T. Hi. Steuernübergabe im Pilot bereit. Okay, B.T., wir machen das. Ich wollen, wir geben Ihnen von hinten Deckung. Sicherlich, dass Deck und dann ab zur Dragonis. Okay. Oh Gott, ich hasse die Mission jetzt schon. Äh, ich möchte irgendwie nochs da haben. Ich hasse ihn. Ich hasse die Mission irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Scorch? Okay, ich weiß nicht. schluss gott ich hasse weiter Are you sure about that? I do my best Awa! Das habe ich. Moment, das machen wir jetzt anders. Wir haben keine Batterie, bitte die. Wer ist das? Verdammt! Verdammt! Wir haben einfach die Kontrolle verloren. Ich verliere die Kontrolle. Stürze ab! Mayday! Stürze ab! Commander Briggs, hier ist BT-7274. Beifer wurde abgeschossen. Verstanden! Gehen Sie an Bord der Drakonis und sichern Sie die Lade! Wir bereiten den Transferwurf! Das war alles. Cooper, bereit machen für Wurf. Ich empfehle Ausstieg. Oh Gott, nein! Warum schon wieder BT? Wow, erst quehe ich mich ab und dann um. Na ja, einmal, sobald du den einmal triffst, ne? North Star ist halt echt mies, was Distanz angeht. BT? Du willst mich wieder werfen, ha? Ich hasse das. Oh Gott. Analysiere Luftwiderstand. Berechnung läuft. Auf geht das nicht! Schein! AUSCH! BT! Nein! BT! 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 Lass mein Buddy in Ruhe. Warte ich. Verloren! Brauche Deckung! Brauche Deckung! Cooper, ziehen Sie auf das Cockpit! Schießen Sie! Such ein Duschbeck! Oh Gott! BT! Bist du okay? Oh nein! Oh nein! Das Schiff verliert schnell an Höhe. Das Schiff verliert schnell an Höhe. Es kommt auf uns an, Cooper. Oh Gott, nein! Sag doch nicht so was! BT, was tust du? Was? Ach so, okay, wir gehen da rein. BT, kommst du mir hin? Vorsicht! Da ist Zeit! An und an Gefährdungsgasse! Genau, wir kommen. Wir haben uns Ladesicherheitsbehälter. Wie ich auf eurer Nachbezicht? Ich lasse leben. Ich bin ja cool, ne? Der Behälter ist zu groß zum Tragen. Wir müssen improvisieren. Und, 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 und wie machen wir das? Oh, 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 okay. Lass ich mal in den Provisation mit der ich gehen kann. Ich komme nicht an die Lade heran, Cooper. Sie müssen mir helfen. Na klar. Dann stecken wir nahe da. Oh Mann. Wir müssen vom Schiff runter. Uns läuft die Zeit davon. Okay. Okay. Machen wir. Ich bewege mich. Okay, BT, du machst das schon. BT, alles okay? Schau mal rein. Schau die Lade hier raus! Negativ. Sitzen in der Falle. Na, aber... Was machst du? Protokoll 3. Ich werde nicht noch einen Piloten verlieren. Achtung, aufprall. Oh Mann. Okay. Wow. Ähm. Das nenne ich krasses Ende von dieser Mission. Ihr Lieben. Ich bedanke mich, dass ihr mich begleitet habt bis jetzt. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch entscheidet. Ich denke, wir nehmen uns ganz nahe dem Finale. Großen Schritten zumindest. Und ihr wisst, was kommt. See ya! Tschüss. Tschüss. Und ihr wisst, es ist gut. Besuch wird an der Umgebung diversität rauf.